Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück bei YouTubers Live! Ist schon eine Ewigkeit her, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Ich muss jetzt gerade erstmal gucken, was wir überhaupt noch haben, was wir überhaupt noch machen können. Gameplay. Man sieht, es hat sich ein bisschen an der Oberfläche geändert. Ich weiß selbst gerade nicht so genau. Äh, Arbeitsplatz 2 bitteschön. Fortsetzen. Fortsetzen. Äh, ich weiß gar nicht mehr wie das geht, ganz ehrlich. Äh, German? 01, French Hammer. Äh, warte, 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 warte. Französische Hammer im Fail. So. Ähm, ich habe absolut null Pile mehr, wie mir überhaupt noch irgendetwas geht. Ähm, ich will gerade mal... Oh. Aha. Oh, lieber Gott, so schlecht. Okay. Da war noch ein Video in Arbeit. Ich wusste, dass es nicht muss. Ähm, gut. Wir haben ja das Ziel, eine Million Abonnenten zu erreichen. Und wer das Infovideo gesehen hat, weiß, dass ich jetzt noch ein paar Folgen machen werde. Und YouTubers live dann aber erst einmal pausieren, wie ich auf Eis liegen werde. Ganz einfach, bis vielleicht mal irgendetwas Neues kommt. Man eventuell einen neuen Kanal erstellen kann oder dergleichen. Checkwunsch, du hast 800.000 Abonnenten erreicht. Du wurdest auf ein Event eingeladen, mit dem du einen Preis für so viele Abonnenten bekommst. Ich verplasse bloß nicht den Termin. Ich habe mittlerweile 800.000 Abonnenten, aber ist auch scheißegal. So, ähm. Hallo, wir sind für die Royal City Police oder Computer? Nein. Okay, wir sind zu einem festlichen Anlass. Moment, wir müssen uns doch mal umziehen. Was ordentliches. Wir sehen uns mal was Schönes an. Ich habe nichts Schönes. Nur mal das vorweg. So. Vielleicht sollten wir die Mütze abziehen. So. Zum Event gehen. Okay. Okay, ähm. Wie man sieht, das Spiel hat jetzt auch neue Sachen bekommen. Das Spiel hat auch Errungenschaften mittlerweile bekommen. Ähm. Das haut das Spiel jetzt alles nach und nach raus. Das ist das. Willkommen zur YouTube-Preisverlagen für die besten YouTuber. Ich sehe ziemlich bescheuert aus, wie ich da oben stehe, weil ich der armen Frau einfach mal im Bild stehe. Bitte einen riesigen Applaus für Zuru und für das Erreichen von 100.000 Abonnenten. Gratulation, meine Beste. Ich habe zwar schon 2 Millionen Abonnenten, aber das schaffst du noch. Herzlichen Glückwunsch für diesen Erfolg und wir hoffen, dass du weiter so erfolgreich bist. Wir haben den YouTube-Button! Wuhu! Das ist so... krank! Wie sehe ich eigentlich aus? Warum habe ich so total arrogant da oben gestanden? Das bin ich nicht! Okay, wir haben einen YouTube-Button bekommen für 100.000 Abonnenten. Das würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn gleich der nächste rausgehauen wird. Jetzt ist mein Typ hier weg. Ich muss ganz kurz meinen PC reparieren. Der war nämlich gerade kaputt. Ähm... Wieso ist der Typ jetzt gegangen? Verstehe, diese Männer. Ja gut, wir haben einen Preis für 100.000 Abonnenten bekommen, die wir ja schon länger haben. Aber wir sagen jetzt mal nix. So, zeige ich das Video an. Zack, 64. Video-Kalt, die Nachbararbeitung, Inhalt. Okay, stimmt. Das hat er ja mal schon geändert. Äh, hochladen, weg damit. So, wir müssen was essen. Ich habe keine Ahnung überhaupt noch was zu essen mit Schreck haben. Ich würde eigentlich nach neuen Klamotten geguckt haben, bis dann diese Ansage kam. Äh, kann ein Salat essen? Was ist das? Warum nicht? Ich habe keine Ahnung. So. Äh... Ich würde sagen, wir versuchen es noch einmal. Ich hoffe, da flugt nicht wieder irgendwas dazwischen. Oh, die Kommentare sind sehr gut. Wieder ein Hate, wer hat dieses Video nachbearbeitet. Ja, ja. Blablabla. So. Ich wollte noch mal gucken. Mensch. Heizkettenhüte. Weil ich habe, ehrlich gesagt, die Patch-Notes nicht mitbekommen, ob irgendetwas neues gepatcht worden ist. So wie es aussieht aber schon. Also ein paar Brillen kommen mir neu vor. Die Schuhe kenne ich jetzt auch noch nicht alle. Ähm, hier zum Beispiel die Sandalen. Aber... Ist jetzt nichts, was mein Interesse groß weckt. Okay. So. Wir schauen mal, was PC World sagt. Hardware-technisch und so. Äh, Gehäuse. Haben wir das Neueste vom Neuesten. Tastatur. Könnten wir uns eine neuere holen. Brauchen wir nicht. Monitor. Ich finde ja die Station eigentlich besser. Mal schauen mal aus. Webcam. 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 Könnten wir uns kaufen. Aber es kostet noch Energie. Mikrofon. Nanananana. Da warten wir einfach mal, bis wir vielleicht nochmal Level-up hatten oder so. Und dann passt das schon. So. Wir hauen ein Spiel raus. Weil Abonnenten wachsen leider nicht auf Bäumen. Auch wenn das sehr schön wäre. Ähm. German. 02. Immer wieder diese Hammer an Soßen. So. Das dazu. Ladespiel. Das mit den Dingern habe ich immer noch nicht verstanden. Ach doch. Jetzt haben sie es wieder geändert. Nyan Cat. Das ist aber urheberrechtlich geschützt. Das möchte ich nicht. Ähm. Was haben wir hier? Ein fachlicher Kommentar. Zu einem versteckten Item. Natürlich. Warum nicht? Ah. Hier ist jetzt ein random. Hauptmenü. Ernster Kommentar. Lange aber immer mal einen ernsten Kommentar. Ist okay. Du hast deinen falschen Knopf gedrückt. Äh. Ich denke da Kommentar. Scheiß drauf. Haha. Ah. Ladebildschirm. Haben wir nichts. Da machen wir einen unnustigen Kommentar rein, um noch ein paar Punkte zu behalten. Das Spiel hängt sich auf. Wütende Kritik. So muss das sein. So. Ladebildschirm mit Hinweis. Boah. Langer Kommentar und schon sind die Punkte weg. Super. So. Gut. Wir kennen das ja. Das Spiel. Äh. Es läuft nicht alles immer so, wie man es gern hätte. Eigentlich läuft nie so, wie man es gern hätte. Wär ja auch, äh. Zu einfach, ne? So. Ähm. Sö. 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 Und äh. Sö. 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 ich habe keine ahnung das für den wachschuh so schön aber ach du scheiße ach du kacke deswegen nein aber ich habe das schon gemacht da ist doch eins so warte okay ganz egal wir machen schnell noch mal ich weiß nicht ob es gezählt hat wir machen es noch mal 2 noch einmal mit gefühl ich weiß nicht ob es gezählt hat nämlich scheinbar irgendwie aus irgendeinem grund nicht deswegen machen wir so ich habe einen neuen bürostuhl sehe ich gerade starten die aufnahme so wir machen einen professionellen walkthrough und sagen einfach das spiel ist scheiße hier ist der ersten kommentar für den ausschnitt ja du hast ein archiv mit bekommen ja toll fachlicher kommentar nicht das beste aber immerhin ladebildschirm mit hinweis und lustiger kommentar du hast ein verstecktes item gefunden ein verstecktes item ich weiß 18 sondern jetzt das item langer kommentar für die zusammenfassung spiel sehr wichtig das spiel hängt sich auf der kritik mann ich krieg da gerade auch noch mal richtig und ich kann es ja nicht sehen ah leck mich doch so entschuldigung darf ich über ein bisschen es ist fast schon perfekt du fasst weil das hier nicht passt das auch nicht das müssen wir das so machen so kontrasteilsprache und weg damit wir machen es halt einfach noch mal 44 prozent nur noch interesse ist egal wir machen es noch mal ich will vor allem jetzt und wir müssen gerne korrekt zu sein das heißt die man sich bücher braucht keine fans lieben dieses thema ja toll dann leute der zehntausende abonnenten uns geht langsam das essen aus deswegen gibt es wir haben wir nach der party okay wir gehen mal zur party aber was wartest du so ist der video was nicht getan wie wieder ich habe es noch veröffentlicht wird durch verarschen ich habe doch schon borg zu video gehabt meine güte dass dieses spiel macht mich manchmal so geht es mich besaufen so wie wieder alter leck mich doch ihr wieder angekrochen wenn jemand anderen befindet so ach moment mal das war ja hier unser buddy unser liebchen wir reden mal mit camilla camilla hat mir oberweitig das ist sehr traurig ist irgendwie noch mal in london dran ich habe mir letztens ein cpu gekauft jetzt leider ich meine videos so richtig schnell das ist doch schön aber ich kann auch von der leed singe seit ich meinen neuen platz hier habe ich das schon dann so unglaublich schön und schnell hat das so herrlich der psp wird die verkaufsteine niemals hochkommt das stimmt okay ihr könnt uns jetzt gegenseitig bekannte nennen ja wir sind bekannt mit camilla ich liebe deine videos und ich hätte mich sogar oh mein gott kann wir knutschen ihn noch mal um herr baby was du lehnst mich ab boah deswegen stanzen hat er mich abgelehnt weil ich hinter seinem rücken mit der frau geredet habe oder was junge bist du eifersüchtig auf die frau ich die tschüss frau sind sowieso viel besser als männer ganz ehrlich also ist der eifersüchtige geldauftrag abgeschossen das will das spiel mich gerade irgendwie verarschen gerade eben doch so ja die wieder und jetzt geldauftrag abgeschlossen wird komm wir gehen einkaufen und gucken mal wenn wir spiele finden ich verstehe gerade nicht sorry so nintendo sie könnten wir uns eigentlich auch noch kaufen dann haben wir gerade nicht dankeschön handys ach guck mal hier apple auf phone strawberry cause kauf uns war das apple auf phone wir haben das geld gerade tablets könnte ja auch gibt noch leider nicht schade wir hatten jetzt ein level ab das gucken wir uns mal ganz kurz an und wir können es gilt locker skills weiter sagen okay was können wir jetzt noch machen zwei 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 so was haben wir hier geben wir haben den gameplay zum spielschirm videos ausrüsten so das haben wir bekommen neuer talentpunkt maximale glühlampe mit pc world clothing shop und idea also fürs einrichten so hier ist unsere nintendo aber ich wollte auch spiele kaufen man lenkt mich doch nicht ab so ähm so hat er gekauft was haben wir hier nintendo die ist topseller hätte ich fühle mich jetzt nicht unterhalten kameran so topseller machen wir es mal so das ist die autorennen ich bleibe jetzt hier schon wieder im arsch und er ist schon wieder im arsch habe ich glaube ich noch gar nicht was mich war für mich auf samurai okay wir machen beides für die sie ist der ist schon wieder im arsch was denn los so und hier sehen wir uns das neue gerät ist davon jetzt dann kannst du mit deinem handy da selbst machen und all diese moment der sozialen netzwerke teilen öffne die kamera des telesfonds und mache ein bild von dir selbst okay machen wir ein selfie okay kann ich das noch irgendwie ausrichten aha und jetzt machen wir ein selfie nachdem du ein selfie gemacht hast musst du nicht entscheiden ob du es hochladen willst oder nicht ist dieses foto gut genug moment mit moment mit deinen fans unter die hüfte erfahrung oder okay nein okay hochladen ich sehe auf dem selfie so gut aus und ich glaube nicht selbst verliebt bin oder so so m aber ich kann das hier ich finde die abonnenten das ist sehr gut nicht gut video aufnehmen bitteschön hier du kannst mal gerade für die setz wie ein video auf guter und zwar bitte an deinem arbeitsplatz gott 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 so können und dann können wir uns auch gleich eine video setzen es ist ein bisschen schwer das alles aber noch zu koordinieren wir haben jetzt ein neues handy könnte jetzt erst mal fett selfies posten machen herzlich grüße ich möchte sagen dass du mir das smartphone gehackt hat dann persönlich wieder zu stehen wenn du mir keine 20 zeit zu öffentlichen bilder im internet ist nicht persönlich nur mein job gut hier deine bilder wurden nicht hochgeladen aber du hast der pressung nachgegeben jetzt kann der hacker geld verlangen wenn er will ja kann er gerne machen ist mir jetzt egal so wir nehmen auf und zwar we love samurai wir machen ein gameplay video erst einmal we love samurai jeder mag samurai samurai oder auch nicht wer weiß das schon wir haben heute lässigen look was auch ein bisschen in den ausschnitt gucken kann weil jeder weiß brüste auf youtube bringen den erfolg und lustiger kommentar ladebildschirm so gehört sich das du hast deine einfache aufgabe wenn das schwere kacke hier das ist kacke ich hasse das wie die pest ganz ehrlich jetzt schon wieder nein kehrt weiß es so singender kommentar da wenigstens 1 von 5 passt mal ladebildschirm mit hinweis erster kommentar geh weg ladebildschirm mit hinweis normales spiel fachlicher kommentar ich habe so oder so keine auswahl groß ausschnitt langer kommentar total unnötig aber egal können wir doch etwas da hinsetzen nein können wir nicht äh ok also so und ich schreibe im auftrag meiner firma hannin wir haben seine videos gefühlt und ich bin ein gameplay video zu unserem neuesten spiel italien bubble für hannin playstudios 3 2 wir haben die hannin playstudios 3 sogar glaube ich ich bin mir aber nicht sicher deswegen verspreche ich erst einmal nix so es wird schwer leute es wird schwer ich hätte sagen so und jetzt passt nämlich nicht mehr 63 prozent überhin video qualität inhalt ist jetzt nicht so geil da kann ich aber nichts dran ändern ehrlich gesagt so ist denn der typ 61 prozent dafür haut er den inhalt hier weg aber ist bei der nachbearbeitung scheiße also der typ ist schon gut dabei so es muss ja ein gameplay video dazu machen so vergeigen wir es natürlich nicht italien bubble 40 fußballspiel ein gameplay ich hoffe ich habe die playstation 3 ich weiß ziemlich gar nicht ich bin aber ich hätte sie gekauft bin mir aber nicht ganz sicher doch wir haben sie aber ok fortsetzen jetzt krieg beim elf meter schießen wer das spiel gesehen hat weiß worauf ich anspiele wer nicht tut mir sehr leid alle italien fans ab sorry für das hauptmenü und lustiger kommentar kommt mir dies mag keiner dieser unnötiger zeitverschuldigung dass er nicht mitbekommen warum kriege ich dafür nur kritik was ist das denn für eine kacke bitte ja ich gebe kritik weil ich beschrieben habe das spiel hängt sich auf beiläufige kritik was habe ich hier für einen scheiß bekommen wenn dich die kacke dauert aufhängt ausschnitt erster kommentar ausschnitte außer von frauen die sind in ordnung und ein fachlicher kommentar du hast dort hin und sie gekauft und sie wird bald geliefert da kommst du aber früh wird an irgendwie hängt dieses spiel grad mega hinterher glaube ich kam gerade der hinweis dass halt mieter und sohn kram gezahlt wurden das ist schön das ist das schon mal weg so nein kehrt lassen wir außen vor natürlich so 51 prozent ist nicht die welt so ich möchte dich heute abend gerne ins kino einladen ich habe eine große erwartung okay okay gut gehen wir mal wieder ins kino ist mal wieder eine gute sache kino war ich schon lange nicht mehr wir ziehen uns um und zwar möchte ich gerne das hier anziehen mit den sachen ist das glaube ich okay ich glaube ich ziehe das ich ziehe das dazu an ich will mich jetzt nicht unterhalten geh doch weg nervt mich doch nicht die schuhe passen also nicht so dazu dass wir die roten dann wenn ich wieder kontaktiert das freut mich zum event gehen so es ist ja sommerlich warm draußen also gehen wir raus mit schönen sommerlichen klamotten dann passt das schon wir haben unser geld verdient wunderbar 958.000 abonnenten wir sind nicht mehr weit von der millionen entfernt wir sind nicht mehr weit wer bist du eigentlich athena oh gott oh gott hallo 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 london bist du london du skarvi ja gut ich würde sagen wir gucken uns den film schnell an kommt athena wir gehen uns den film angucken aber vorher posieren wir natürlich noch für die presse wenn wir schon hier sind und auch wegen ein bisschen xp genau stelle ich mit rein süße das mal zeigen wie es toll wir sind du kannst jetzt gehen so gut dass du erschienen bist ja auch kein thema wir gehen jetzt ins kino kam athena athena komm komm entschuldigung so setzen wir uns dann mal hin können wir setzen uns hier hin nicht so weit vorne so gut hast du die nachschluss dabei athena und das wasser okay reden wir miteinander das haben wir ja profil ansehen mhm rang 17 aber ich müsste erst mit ihr dings das ist gut das ist sehr gut wo ist ja nicht london da ist london noch hier drinnen mhm rang 26 also die könnte ich mir auch anstellen wir können ja auch ne äh zweiter angestellte 1 also den zweiten angestellten eigentlich einstellen ich muss unbedingt was essen ey dadurch dass die kinozeit ja jetzt mittlerweile begrenzt ist was eigentlich auch ganz gut ist wenn man hier nicht mehr ewig sitzt bis der film dann endlich vorbei ist ähm es lässt sich zwar was auf wie man sieht auch die müdigkeit aber es ist halt jetzt nicht mehr so viel dass man sagen kann gut äh es geht jetzt bis zum anschlag hoch deswegen zu hause gleich noch ein schönes ordentliches stück käsekuchen mir wird das zuglück nicht von anderen weg gefressen ich würde alle töten die an meinen käsekuchen wollen jeden erschlagen ah der käsekuchen hört die freundschaft auf merkt euch das also wer mehr den käsekuchen will das klingt irgendwie falsch aber gut so wir sind level 27 sehe ich gerade miete und all so ein kram ist bezahlt von 2070 ist das mittlerweile leider das ist schon hart so wir haben jetzt eine ordentliche beziehung zu ihr eigentlich eigentlich muss das sogar klappen dass ich sie einstellen kann aber ich bin mir nicht sicher ich gehe jetzt schieß athena und danke da geht es erstmal wieder runter danke für deine einladung athena war sehr lieb von dir gut geschafft genau ich habe ein soziales konto gehackt wenn du wieder haben möchtest musst du da ist hier aber hier super du hast dein konto ohne weitere ohne wieder bekommen 30 dollar waren es aber irgendwie auf einmal 100 dollar sehr interessant aber gut haben wir irgendwelche veranstaltungen flower power wer ist mit dem selfie ich habe überhaupt keine tippen was ist das denn ich kann nicht mal was posten dazu schade schade ich kann dazu nicht mal was posten das ist ein bisschen traurig so wir müssen was essen we must eat something so und du kannst mein video aufnehmen mein guter und zwar hier nochmal dazu wir essen mal einen salat und dann müssen wir gleich mal den arbeitsplatz von ihm ein bisschen aufrüsten wir haben ja momentan das geld german 02 italien verliert im regen ich bin nicht feindlich oder so keine sorge so wir kaufen noch mal ein ich hätte dann doch noch gerne ein zwecklamotten zum anziehen ehrlich gesagt ah lalala shop das lehrt ganz schön lange wir brauchen eine bessere internetleitung wie ihr merkt unsere internetleitung ist schon für den arsch so lalalala kurze jacke für frau die hätte ich nämlich gerne die sieht scheinbar ganz gut aus dann hätte ich gerne noch lalalalala die da du ein smoking für frau aber in der der oder der farbe ich habe ihn glaube ich in weiß so dann schauen wir mal kurz nach den hosen ähm bakka 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 bau haben wir hier auch noch die passenden hosen dazu oder ein rock rock mini für frau oder in der farbe so wirklich gute rosen haben die nicht für frauen also das muss ich als kritikpunkt setzen die rosen für frauen sind kacke also sie sind wirklich kacke ich mag sie auch absolut nicht so okay okay danke eine spieleinladung nehmen wir natürlich an so und weiter müssen wir spiele produzieren spiele produzieren doch ein samurai love werden hier große folgen das werden hier xxl folgen naja das sind keine großen folgen ist das eigentlich normal für mich ähm aber weil es nur noch so wenig folgen geben wird werde ich sie ein bisschen länger machen äh samurais samurais jackett gucken wer das noch kennt gucken wer das kennt ganz ehrlich zeigt er da gerade in der blas über seinen kopf den mittelfinger wirklich allen ernstes habe ich das richtig gesehen ich gucke mir das gleich noch mal in der aufnahme an du hast deinen power behalten versuchte mehr singender kommentar genau interaktiver ladebildschirm langer kommentar ne dann war ich mit lustigen kommentaren ich bin ein bisschen lust aufgewand na du hast ein verstecktes item gefunden ein fachlicher kommentar ich erkläre euch natürlich wie ihr zu diesem item kommt natürlich ein ausschnitt mit einem ernsten kommentar was ist denn wieder nicht der ausschnitt einer frau du hast denn ein achievement bekommen und wieder habe ich nur kritik warum habe ich kritik wenn ich ein achievement bekomme alter ich kriege ein achievement dafür dass ich mich dauernd aufrege mann was ist denn für eine kacke spiel bist du kacke oder so so 53 nächstes level sehr schön hochladen hast du gut gemacht du kriegst einen keks dafür okay wir kümmern uns hier ganz schnell um das video so sieht kacke aus also es wird wahrscheinlich nicht so gut werden wie gehofft aber muss irgendwie gehen so so 3d text bildverzerrung und drei habe ich noch aber nichts mehr was ich machen könnte 54 prozent immerhin noch da kann man mit leben so aber wie es hat nach der party nein wir gehen jetzt mal nicht auf eine party wie es weiter geht sehen wir in der nächsten folge ob wir dann endlich die eine millionen abonnenten erreichen und ob wir auch in der letzte kommen bis dahin danke fürs zuschauen und ciao oh oh